Musik So, jetzt wollen die Hände klatschen. 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 Dann werden die Hände klatschen. Komm mal! Du schockt auf! Der Hosebruch. Ich bin einen Halloween-Karten. Du hast den Haaren! Der Hosebruch! Der Hosebruch! Sie College milestones ansehen. Die Sühebruch! Genau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich darf Sie ganz herzlich an diesem schönen, sonnigen Feiertag im Namen der Stadt Bad Mortsach und der Gemeinde Einturnen hier in Einturnenberg zu St. Martin begrüßen und willkommen heißen. Es freut mich, dass Sie alle an diesem schönen Tag an Himmelfahrt den Weg auf diesem Höhenrücken gefunden haben. Und ich hoffe, dass Sie sich vorher schon oder auch jetzt noch ein wenig hier wohlfühlen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wenn Sie noch Zeit haben, dürfen Sie gerne einen unserer vielen schönen Rad- oder auch Wanderwege noch begehen oder abfahren. Wir haben hier einen sehr schönen Fünf-Seelen-Wanderweg, den man auch mit dem Fahrrad machen kann. Oder hier gleich einen Kilometer weiter die größte Möbel-Grundstätte Europas, den Rohrsee. Das ist eines der ältesten Naturschutzgebiete in Deutschland bereits 1938 ausgewiesen. Und natürlich nicht zuletzt unsere wunderschöne Wahlfahrt, die Ritte zum heiligen Abend in uns. Fühlen Sie sich wohl hier und kommen Sie einfach, wenn Sie mal Zeit haben. Gern wieder genießen Sie die Ruhe, den Ausblick und verweilen Sie gerne bei uns. Das möchte ich wieder übergeben an Sie, Herr Vater, uns. Dass Sie spüren, wie Sie hier herzlich willkommen sind. Das möchte ich wieder übergeben an Sie, Herr Vater, uns. Dass Sie nicht gebieten haben, auf die Fürsparung des Heiligen, des Vervors, für die Fahrräder, uns zu segnen, uns zu segnen, uns zu segnen. Das ist kein Mut, wenn Sie hierher kommen. Und da steuern Sie mich gebieten, aber dann auch darauf aufmerksam zu machen. Dass Sie jetzt nicht losfahren, da denken, jetzt brauche ich die Augen gar nicht mehr aufmachen. Ich bin gesegnet, hier kann nichts mehr passieren. Manchmal, ich bin in diesem Glück. Und das ist eine ganz große Gefahr der Beziehung. Jeder Augenblick im Straßenverkehr ist mitentscheidend. Und sehr, beim Mittagessen habe ich für mich selber auch nochmal gedacht und gesagt, ich muss unbedingt darauf hinweisen. Denn es wäre für mich arg, wenn jetzt dann etwas passieren würde. Gerade dann, wenn man so ein Stück weit glückselig ist. Heute ist ja nicht nur Christi Himmelfahrt. Heute ist ja noch... Ich bin ein glücklicherweise von jedem. ISAGE